In der weiten Welt der Zeit und des Glaubens tauchen Symbole auf, die denjenigen, die es wagen zu lauschen, Geheimnisse aus dem Kosmos zuflüstern. Noch einmal willkommen, liebe Suchende, in mysteriöses Zentrum. Heute begeben wir uns auf eine Reise, auf der wir den Blick eines uralten und mächtigen Symbols folgen, dem Auge der Vorsehung. Oft verborgen, aber immer wachsam, ist dieses Zeichen eine Brücke zwischen dem Gesehenen und dem Ungesehenen, dem Bekannten und dem Unbekannten. Wacht es nur, oder leitet es auch? Warnt es, oder schützt es? Entdecken Sie mit uns die geheimnisvollen Schichten, die dieses uralte Symbol umgeben, und wagen Sie sich in die Tiefen seiner rätselhaften Anziehungskraft. Aus den dunklen Winkeln der Antike taucht ein Symbol auf, das seinen Blick auf die Menschheit wirft und das Geflüster längst vergangener Zeiten wiederhallen lässt. Es handelt sich um das Auge der Vorsehung, ein Emblem, um das sich zahlreiche Überlieferungen und Legenden ranken. Für die einen ist es das allwissende Auge der Gottheit, das über den Wandteppich der Existenz wacht und die spirituellen Fäden mit der materiellen Welt verwebt. In heiligen Schriften und heiligen Hallen der Anbetung steht er für die stets wachsame Präsenz des Göttlichen, ein Leuchtfeuer des Schutzes, der Führung und der Erleuchtung. In allen Kulturen und im Laufe der Zeit wurde das Auge der Vorsehung umarmt, verehrt und manchmal sogar gefürchtet. Seine rätselhafte Anziehungskraft lockt Suchende aus allen Gesellschaftsschichten an und drängt sie dazu, seine Geheimnisse zu enträtseln und sich in seine Tiefen zu vertiefen. Im goldenen Sand der Zeit, wo die Pyramiden den Himmel küssen, erhaschen wir einen ersten Blick auf dieses rätselhafte Auge. Den alten war es als Auge des Horus, bekannt und war nicht nur ein Symbol, sondern ein mächtiger Talisman. Als Wächter wachte es über die Reiche der Pharaonen und verbreitete Geschichten über Schutz, göttliche Macht und eine Vitalität, die das Verständnis der Sterblichen übersteigt. Die Ägypter verehrten es nicht nur als Emblem, sondern auch als Quelle von Gesundheit und königlichem Geschick, als Amulett, das unsichtbare Gefahren abwehren konnte, die in den Schatten lauerten. Im Laufe der Jahrhunderte fand das Auge seinen Weg in eine andere spirituelle Landschaft. In den heiligen Hallen der christlichen Heiligtümer verwandelte es sich in das allsehende Auge Gottes. Es war nicht mehr nur ein Emblem irdischer Macht, sondern wurde zum Zeugnis der unaufhörlichen Wachsamkeit des Göttlichen. Hier, inmitten von Gesängen und Gebeten, symbolisierte das Auge die grenzenlose Gegenwart Gottes. Eine liebevolle Wachsamkeit, die keine Grenzen kennt, die die Weite der Schöpfung umspannt und jede Seele an den Blick erinnert, der nicht nur die äußeren Taten, sondern auch die innersten Sehnsüchte und Wahrheiten sieht. Vom Sand des alten Ägyptens bis zu den heiligen Nischen der Christenheit ist das Auge der Vorsehung gereist, hat sich in seiner Bedeutung weiterentwickelt, aber immer seine geheimnisvolle und anziehende Aura bewahrt. In jedem Winkel unserer Welt, von den stillen Gipfeln des Himalaya bis zu den wiederhallenden Weiten der afrikanischen Ebenen, gibt es dieses universelle Motiv, den wachenden Blick, der über die bloße Beobachtung hinausgeht und das Wesen der Existenz berührt. Für die Suchenden und Weisen ist dieses wachsame Auge mehr als nur ein Symbol. Es steht für ein allgegenwärtiges Bewusstsein, eine Kraft jenseits unseres Verständnisses, die unaufhörlich beobachtet und für immer lenkt. Es ist das leise Flüstern im Wind, der sanfte Stupser in Momenten der Ungewissheit, der Schutzschild in Zeiten der Bedrängnis. Wenn Sie tiefer gehen, werden Sie Anklänge an dieses heilige Symbol im Konzept des dritten Auges finden. Dieses innere Auge, das in zahlreichen spirituellen Traditionen verehrt wird, ist das Tor zur Intuition, zur Voraussicht und zu höheren Bewusstseinsebenen. Und hier zeigt sich eine faszinierende Parallele. So wie das Auge der Vorsehung über die greifbare Welt wacht, nimmt das dritte Auge das Ungreifbare wahr, die Welt jenseits unserer gewöhnlichen Sinne. Beide stehen für eine Vision, die den Schleier des Alltäglichen durchdringt und uns an unbekannte Reiche erinnert, die darauf warten, erforscht zu werden. Im Tanz der Existenz, inmitten des Bekannten und des Unbekannten, des Gesehenen und des Ungesehenen, dienen diese spirituellen Embleme als Anker, die uns den Geheimnissen des Kosmos und den Tiefen in uns selbst näher bringen. Denn im Blick des Allsehenden und in der Vision unseres innersten Auges liegt eine Einladung, zu suchen, zu staunen, zu transzendieren. Während der Fluss der Zeit fließt, findet sich das uralte Auge nicht in Stein oder in heilige Schriftrollen geätzt, sondern auf einer Leinwand aus Geld, dem amerikanischen Eindollarschein. Hier, auf der Spitze einer unvollendeten Pyramide, blickt es hervor, ein stummes Zeugnis der Träume und Hoffnungen einer jungen Nation. Aber warum gerade hier, warum dieses Emblem aus den Annalen der Antike? Das Geflüster der Neuzeit murmelt Geschichten von Geheimbünden, von schattenhaften Kabalen, die die Fäden der Macht in der Hand halten. Die Illuminaten, die Neue Weltordnung, Namen, die geheimnisvoll und verführerisch klingen, werden oft mit unserem alten Auge in Verbindung gebracht. Doch auch wenn Geschichten über geheime Orden und globale Puppenspieler die Fantasie beflügeln, müssen wir mit Bedacht vorgehen. Denn in den Annalen der Geschichte, die akribisch aufgezeichnet wurden, finden sich keine konkreten Verbindungen zwischen diesen modernen Geschichten und der geschichtsträchtigen Vergangenheit des Emblems. Spekulationen, so verlockend sie auch sein mögen, bleiben genau das, Spekulationen. Wie bei allen Symbolen entwickeln sich Interpretationen, die von der Kultur, der Zeit und der menschlichen Vorstellungskraft geprägt sind. Dennoch bleibt das Auge der Vorsehung in seinem Kern bestehen. Ein Leuchtfeuer aus vergangenen Zeiten, das wacht, wartet und Geschichten aus längst vergangenen Epochen flüstert. Doch jenseits der Geschichten und Theorien, inmitten des Bekannten und Unbekannten, liegt sein Wesen zeitlos und transzendent. Sie fordert uns auf, nicht nur zu beobachten, sondern zu suchen, zu hinterfragen und uns mit den Geheimnissen der Existenz zu verbinden. Denn in seinem Blick finden wir Spiegelungen unserer Vergangenheit, Erkenntnisse für die Gegenwart und Visionen für die Zukunft. Und wenn sich der Vorhang dieser Erkundung dem Ende zuneigt, denken Sie daran, das Auge beendet seine Wache nicht. Es lädt Sie lediglich ein, sich seiner ewigen Wache anzuschließen, hinter den Schleier zu schauen und zu staunen. Erkenntnisse für die Zukunft Untertitelung des ZDF, 2020